Ja, Manu wird, wenn heute das Abschlusstraining gut läuft und das erste Mannschaftstraining gut läuft, wieder mitfahren und spielen. Davon gehe ich aus. Aber wir werden es heute abwarten. Wir müssen noch ein bisschen gucken, wie die Schulter reagiert. Der Wochenverlauf war gut. Leroy und Lukas sind auch wieder dabei im Kader. Jetzt beide noch nichts von Anfang an, aber auf jeden Fall Spiele, die wir einwechseln können und wahrscheinlich auch einwechseln werden. Thomas fällt aus, Matthijs fällt noch aus. Das Knie von Matthijs hat gestern wieder reagiert. Konnte da nicht steigern, aber auch ursprünglich die Ideen wieder zu integrieren ins Mannschaftstraining heute. Aber das klappt leider nicht. Deswegen wird er nicht mit nach Berlin fliegen. Thomas, genauso wie ich es gesagt habe, wird das Wochenende noch pausieren und dann hoffentlich unter der Woche wieder einsteigen können in den Spielbetrieb. Aber das sehen wir dann auch da, wie es reagiert jetzt nach der Woche. Pause war es ja nicht ganz, aber nach der Woche reduzierter Belastung. Sonst haben wir keine weiteren Ausfälle.